Herr Dr. Heinrich, die Welt braucht nicht nur Milliarden Corona-Impfungen, sondern auch viele Millionen Fläschchen für den Corona-Impfstoff. Welchen Beitrag leistet Schott? Ich denke, dass wir einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Wir haben entsprechende Kapazitäten aufgebaut, um auch entsprechende Fläschchen-Pharma-Verpackungen dann für den Impfstoff liefern zu können. Also wir haben aktuell die Kapazitäten erweitert um 200 Millionen Fläschchen, das sind ungefähr zwei Milliarden Impfdosen, haben aber natürlich pro Tag auch eine weitere Kapazität von 30 Millionen Stück pro Tag. Also hier, glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen, dass es nicht genug Fläschchen geben wird. Das ist natürlich nicht über Nacht passiert, sondern wir haben mit dem Aufbau der Kapazitäten schon vor zwei, drei Jahren begonnen und dieser Umstand hat uns jetzt ein bisschen in die Hände gespielt, dass wir auch entsprechende Kapazitäten zur Verfügung haben.